Etwas Einmaliges, viel Platz für eine Familie, auch das im Zentrum von Spiez. Für mehr Lebensqualität, Villagasa, Euer Vermarkter von Wohneigentum. Mein Name ist Markus Gerber. Ein 6,5 Zimmer, Jugendstilvilla, Beata, aus dem Jahr 1905. Das einmalige, schützenswerte Haus mit einem Grundstück von 1097 Quadratmetern, das sich eure Kinder so richtig ausleben können. Die einmalige Form von Stecken, Fenster, Türräumen, Eingangstörern usw. Wir machen das Haus zu etwas ganz Besonderes. Ihr habt Fragen oder möchtet mehr Informationen? Für eure Lebensqualität stehen wir euch sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.